Hey gut, schön, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt. Ich schiele gerade mit Maxi im Discord und jetzt gucke ich einfach, meine Tokens sind weg, meine freaking Stargarden Tokens sind weg, ich hatte noch irgendwie 300 oder 250 irgendwie so um den Dreh und es ist einfach schon ein neues Event draußen, habe ich mir natürlich nicht lumpen lassen, habe ich mir direkt mal wieder eine 100er reingecasht, natürlich, Giveaway wird es wieder geben auf dem Discord, schaut auf jeden Fall direkt vorbei, erster Link in der Videobeschreibung, so, Maxi möchtest du was sagen? Moin Moin Wir jumpen direkt in die Skins rein, lass mich mal ganz kurz schauen, ich bin ganz schlecht vorbereitet, lass mich mal ganz kurz schauen, was für neue Skins es gibt, Strike Commander, Camille, Strike Pile Delusion, Cyber Halo Jenner und Armored Titan Asus, den versuchen wir natürlich zu bekommen, eine der vier, was wir natürlich noch dazu haben, ist, dass jetzt diesen Cyber Halo Jenner, den Skin habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, auch noch kein Preview davon, Aber, seid mal ehrlich, habt ihr Stargarden Tokens verloren, weil ich habe das nicht mitgekriegt, dass die einfach weggemacht wurden, die waren einfach weg, hat eben noch Missionen gehabt, auf einmal weg, packt richtig ab, wir fangen an mit den Orbs, die Quote ist es, dass wir zwei von den Bags bekommen und ganz wichtig, was ich am Anfang immer sage, in jedem Opening, weil ich mich sonst ein bisschen schlecht fühle, Die Reroads sind das Wichtige, was ihr allerdings in den Reroads sehen werdet, ist, dass ich zu 99, sozusagen 95% nur geile Skins ziehe, das liegt halt daran, dass ich schon mittlerweile 1005 Skins habe, das heißt, ich habe den meisten Scheiß schon und dadurch, dass immer nur Coole dazukommen, habe ich die immer eine höhere Wahrscheinlichkeit Coole zu ziehen, deswegen, wenn ihr Geld reinsteckt, erwartet nicht, dass ihr jetzt hier Legendary nach Legendary nach Epic nach Ultimate nach Mythic, was weiß ich zieht, wir wollen natürlich, Mythic Skins sind wir ja nicht, das sind die geilsten, die man nicht mehr kriegen kann, die geilsten hatte ich bisher, glaube ich, dreimal, also es hat irgendwie knapp 3000 Euro oder so gekostet, bis ich den ersten Mythic Skin gezogen habe und ich mache nur Orbs auch und dann kamen zwei, glaube ich, recht früh danach, also ja, das ging dann recht schnell, dass ich die gezogen habe, ich habe hier auch im Loot noch drei Ultimate Skins, kurz auf Flex am Rande, wir wollen zwei Bags bekommen, das wäre dann die Quote, das wäre in Ordnung, wir haben natürlich wieder dabei, auch diesen exklusiven Bag, da haben wir die Chance, dass drei Skins, also mindestens episch drin sind, vier Skins, die ähm, Ündenwert haben oder vier permanente Skins, die wollen wir natürlich haben, habe ich noch nie bekommen, bin ich ehrlich, Mythic Essenzen auch ganz, ganz, ganz Wichtig, Musik Ausweis, kommt immer mehr, äh, Mythic Shop Exclusive Skins raus und die will ich natürlich auch haben, wenn die geil sind, ansonsten ziehen ist natürlich immer viel geiler, wir sagen wir machen auf bis 25 Gesundheit, ich würde sagen wir machen, äh, Surprise Party Fiddlesticks ist ein, äh, ist ein geiler Legendary, ist ein geiler Legendary, ich und Maxi hatten letztens, letztens von Gereworkten Champions und der alte Fiddlesticks im Aram, beste Leben, ja, beste Leben, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches Rework ihr denn gerne zurück hättet, kommen wir jetzt aber nicht mit Rengar, Rework, 17y oder Bryce, kann ich mir selbst nicht mehr merken, welche die alle hatten, ich würde gerne Katta, ah ja, ich habe Katta auch gerade gespielt, Katta, ist geil, die neue ist gar nicht so scheiße, aber die alte war einfach so stumpf, du bist einfach reingejumpt und hast die Leute gekillt, mhm, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, glaube ich, Discord giveaway, ganz wichtig, wir machen das erste Bag auf, hier wollen wir einfach nur 4 Punkte sehen, das heißt, wir haben 4 Skins, einfach mehr zum rerollen, ich versuche hier sehr durchzurushen, den großen, äh, Bag, der übrigens sehr geil aussieht, finde ich generell, das sieht recht geil aus, die Orbs und die Bags, haben natürlich immer noch keine Animation, aber was willst du erwarten für 100 Euro, Battle Queen Katharina, die habe ich gerade gespielt, den Skin, was willst du erwarten für 100 Euro, du kannst auch darauf keine Animation erwarten, aber was ich jetzt mal erwarten könnte, wäre mein Bag, äh, hallo, es wird langsam eng, ich rush hier durch, bin nicht ehrlich, weil die meisten wollen einfach nur die Reworks sehen, wenn ihr sagt, äh, yo, mach mal ein bisschen langsamer, talk mal ein bisschen mehr, bespricht mal ein bisschen was mit uns, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich demnächst mal wieder entspannteren, aber viele wollen halt einfach nur, äh, die Reworks sehen, bin ich ehrlich. Das wird jetzt auch so geile Skins dabei, in den Orbs. Ja, das sind ein paar, äh, endlich! Komm, jetzt haben wir noch 12 Orbs Zeit, um noch ein Bag zu bekommen, komm, den machen wir direkt nochmal auf, für gutes Glück, 4 Strich, äh, du bist mir auch so ein Stricher, Junge, rasch mir einfach durch. Und, worauf ich diesmal sehr geachtet habe, äh, mir wurde immer wieder gesagt, die Musik ist schon wieder aus, was ist da mit Discord los? Äh, was mir ganz oft gesagt wurde, ist, dass ich hier immer wieder draufklicke, äh, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, früher war das so, dass man immer neu hier draufklicken musste, und deswegen war das noch in mir drin. Ah, ein Gemstone, deswegen war das so in mir drin. Aber, es hat einiges von euch gechickert, ich hab drauf geachtet, ich mach's nicht mehr. Hm, schmeckt, warte, hatte ich die nicht schon, hatte ich die schon, oder nicht? Ja. Ultimate Skins werden direkt hinzugefügt, also. Digga, die Ultimates, die hab ich alle Ultimate Skins? Muss ich ja, oder? Äh, lass mich kurz schauen. 6 Ultimate Skins, ja, ich hab alle Ultimate Skins, okay. Dann brauch ich mich über Ultimate gar nicht mehr freuen, die gammeln hier einfach schon rum. Vielleicht mach ich irgendwann mal nur Ultimate Re-Roll, schreibt's mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Nachher kommt da richtig Rap raus, ich seh's schon. Gar keinen Bock, in dann heulich. Komm, da muss jetzt ein Backdown sein für die Quote, sonst sind wir unter der 2%-Quote. Damn, Scam. Ich war klar, Gryat. Egal, rein in die Re-Rolls. Jetzt geht's an's Eingemach. Wird meine Sucht, äh, jetzt, alles für den Content. Gibt's auch einen da. Wird es für den guten Skins, die ich meinte? Äh, ich muss auch ganz ehrlich gestehen. Ah, den Skin find ich richtig hässlich. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, manchmal, wenn ich hier im Shop, sind ja immer diese Angebote, ne? Meistens hab ich die, fast alle Skins davon. Aber wenn hier Scheiß-Skins sind, billig, so 2-300 RP, zum Beispiel hier, dann hol ich, den mach ich jetzt nicht, weil ich will nicht wie ein Süchtiger rüberkommen. Dann hol ich mir die meistens, damit die im Re-Roll nicht kommen, weil, wenn es Scheiß-Re-Roll ist, dann ist das natürlich Kacke. Deswegen hol ich mir die meisten zum Achtung, weil ich, ja, ich spiel die niemals. Äh, da gut, Ari, der Skin ist tatsächlich echt cool. Und die ganzen Skins haben ja auch bessere Visuals bekommen von Ari, ne? Ja. Mittlerweile ist es egal, also, weißt du ja, ob du die kaufst oder nicht, kannst du ja auch, äh, Skins ziehen oder ein Re-Roll-Skins ziehen, die du schon hast. Ja, nee, nicht mehr. Haben sie es rausgetan? Das war ja ein Bug, äh, falls ihr das letzte Orb-Op-Opening oder generell Hextec-Opening nicht gesehen habt, schaut es euch nicht an. Ist dumm, wenn ich das sage, schaut es euch nicht an. Ich habe geheult. Aber was, also, die Amazon-Server waren überlaster, das heißt, die Re-Rolls gingen nicht richtig. Auf einmal habe ich Champions aus dem Re-Rolls bekommen, äh, äh, hier, Skins aus dem Re-Rolls bekommen. Die hatte ich schon, die wurden aber trotzdem meinem Account hinzugefügt und dann haben die so getan, als hätte ich den neu. Ich so, what? Beim ersten ist mir nicht aufgefallen, beim zweiten dachte ich mir so, hä, ich dachte, ich habe den. Beim dritten, ein Skin, den ich schon länger gespielt habe, ich habe gleich den Riot-Support geschrieben, der meinte, ja, viel kann ich da nicht machen, äh, kannst du denn irgendwie beweisen und was weiß ich. Ich sehe das in deinem Account nicht. Ich so, wie soll ich das beweisen, mein Junge, wie soll ich das beweisen? Und dann irgendwie nach zwei Wochen oder so, hatte ich plötzlich, äh, wie, 21, also ich hatte solche, solche Münzen. Ihr kennt es doch manchmal, wenn man so ein random Emote bekommt. Warte, hier, äh, das können wir doch hier gerade mal sehen. So was, genau, so was hatte ich hier. Und das stand, da stand dann random, äh, Skinsharts, drei random Skinsharts. Und davon hatte ich sieben Stück. Das heißt, ich habe 21 Skinsharts geschenkt bekommen vom Riot-Support oder von Riot generell. Weil denen aufgefallen ist, dass ich sieben Re-Rolls gekriegt habe. Also sieben Champions aus, sieben Skins aus Re-Rolls bekommen habe, die ich aber schon hatte. Aber das, das fand ich gut, dass die da noch mehr oder weniger nachgeforscht haben. Auch nachdem ich nicht mehr nachgehakt habe. Papercraft tut mir sehr gerne Skin. Auch dann, nachdem ich es nicht mehr nachgehakt habe und mir das dann gegeben haben, weil, ich würde schon sagen, ich bin ein guter Kunde, ein gut bezahlender Kunde. Und da schmeckt es. Furnitiana ist ein richtig geiler Skin. Aber gibt mir 2017 Vibes. Bin hier ehrlich. Ja. Ich glaube, da gibt es halt so viele krassere. Pentacle Troi, Lost Chapter Cactus. Der sieht so krass aus, der Skin, aber der ist eigentlich gar nicht so krass. Ist gar nicht so krass. Die Musik geht die ganze Zeit aus, ne? Machst du vielleicht die ganze Zeit auf Pause oder so? Nee, ich kann es nicht steuern. Ja, die geht die ganze Zeit aus. Oh, Big Stonks. Okay, der Skin ist crap, aber Big Stonks machen wir auf. Ah, scheiße. Ist es bei euch auch so, dass ihr Unmengen Schlüssel habt, aber keine Kisten? Also ich habe von den ganzen Events, weil am Ende hat man ja immer nur so ein paar Tokens übrig und davon hole ich mir meistens dann halt Schlüssel. Aber ich habe so viele Schlüssel und kann nichts damit anfangen. Es nervt so hart. Es ist wirklich zum Kotzen. Bewitching Syndra. Hättest du jetzt vom Splasher erkannt, dass es Syndra ist? Bin ich ehrlich, hätte ich gar nicht erkannt. Ja, ich dachte auch Morana, hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Aber ja gut, Syndra spielt jetzt nicht wirklich aufgerecht, um ausprobieren. Oh, der Skin ist geil. Generell die Sentinel Skins sind recht geil. Wir haben immer noch keinen von der neuen Skinreihe bekommen. Das ist ein bisschen miese Brise. Aber jetzt. Oh, Baby. Sehr geil. Rumble Skin, ich habe in letzter Zeit vor allem im Arm. Und jetzt kommt bald hoffentlich wieder Urf raus. Oh, Baby. Und da ist Rumble halt geil. Und auch im Arm ist Rumble geil. Aber ich habe nicht so einen richtig geilen Skin für den gehabt. Aber jetzt. Jetzt kann Rumble gesupptet werden. Sag ich dir. Jetzt mache ich noch die Master Receiving. Justika Arthrox. Ja, ist ein cleaner Skin. Früher war der. Also früher sah der geil aus. Komm. Die ganze Zeit, diese kurze Verzögerung bei einem Re-Roll. Denke ich immer, da kommt was ultra krasses, weil der jetzt eine Animation gerade lädt oder so. Und dann kommt irgendeine Küche einfach nur raus. Yes! Jawohl, der neue Skin. Easy. Zock ich jetzt gleich danach ein Game. By the way, folgt mir rein auf Twitch. Montag, Dienstag, Donnerstag ab. Circa 19 Uhr. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade frei. Dadurch ist das alles ein bisschen gemixt. Aber auf dem Discord kriegt ihr eh Bescheid. Aber normalerweise Montag, Dienstag, Donnerstag neu zu gehen. Crystal Rose, Akshan. Ich glaube ich hatte für Akshan noch keinen Skin. Ich wusste gar nicht, dass man die Arcane Skin ziehen kann. Ich dachte die waren Event Exclusive. Ich habe Pantheon. Der bewirfte ich mit dem Boot. Alter, wir haben schon fast alle durch. Ramba Zamba machen wir jetzt. Gib mir noch einen Legendary. Einen brauche ich noch. Seadog jetzt gut. Mhm. Ich hätte lieber Seadog, ähm. Oder ich weiß nicht, ob der Seadog heißt. Aber der Gangplank Skin. Weißt du, was ich nicht mein? Oh. Einer der geilsten Skins früher. Habe ich auf meinem zweiten Account actually. Auf dem alten Graves. Geilster Skin. Und dass die jetzt hier. Was soll das sein? Zahnstoff oder wo ist seine Zigarre? Bring his cigar back, baby. Aber ja. Die dürfen es halt nicht. Was weiß ich. Kaufen Leblanc. No, ist ein geiler Skin. Ne, also vermutlich letzter Re-Roll. Wir haben ja noch diesen Exclusive Super-Duper. Yes, baby. Ich habe doch gesagt, wir brauchen noch einen Legendary. Da ist er. Ich habe noch diesen Super-Duper-Ultra. Exclusive Seal Valkyrie 2022 Pack. Jetzt wollen wir hier vier Punkte haben und vier permanente Skins. Bitte gibt es mir noch einmal. Ich habe es bisher noch kein Event bekommen. Ne, Skinshaut. Immerhin vier. Komm. Ist noch ein Re-Roll. Ist noch ein Re-Roll. Machen wir es. For the Boys. Let's go. Und weil man mit zwei Skinshauts nicht aufhören kann, holen wir uns hier noch eins. Bin ich sicher. Ne, kannst du nicht. Mit Mythic ist es nur, glaube ich. Ne, ne. Ich kann hier doch einen Org holen. So, ja. Oder so. Weil den, den Prestige-Skin kriege ich meistens sowieso. Also von dem her. Oh. Back. Gerade. Ne, Back kommt meistens vorne. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn da hinten noch was dran ist, dann kann es auch sein, dass einfach Mythic Skin ist. Äh, mit eher doch Mythic Skin ist. So, diesmal wirklich letzte Re-Roll. Boys, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schaut gerne die anderen Openings an. Mit Cosmic Enhanters, Enchantless Lulu haben wir auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, wie auch immer. Heute rein. Tschür mit dir. Ich dachte, da kommt noch was. Ne. Maxi? Ich habe noch nicht aufgehört. Tschö mit Ö. Ciao, ciao.